Roland Keller, der Autoverkäufer mit Witz, viel Erfahrung und Know-how, steht auf Geschwindigkeit und Stil. Er empfiehlt den ebenso stilvollen Jaguar F-Type. Und für mögliche Reparaturen empfiehlt er den sportlichen und akkuraten Automechaniker mit Humor, Kilian Probst. Wir sind die Emil Frey in Münchenstein. Wir sind die Emil Frey in Münchenstein.